Ey, yo, Leute, was geht? Heute zeige ich euch etwas von meiner Kindheit. Und zwar, ihr wisst doch, meine Oma ist hier. Und ich versuche heute, meine Oma umzubringen, aber nach Räumen. Let's go, Lan! Sohnemann, wo bist du? Komm mal her! Flucht! Flucht! Auf und nach Räumen! Hey, bleib mal jetzt stehen hier. Die Drecke aufzumachen! Ach, ey, ich bin eine alte Oma. Komm mal jetzt her, du Schätze. Komm, komm, komm. Wenn du kommst, bringe ich dich... Ich verpiss dich nicht! Du kommst jetzt heim ohne Bett, ich sag dir ehrlich. Das reicht mir jetzt. Du kommst jetzt her, ich ruf Jugendamt an. Ich ruf Jugendamt an? Okay, komm, okay, komm. Okay, komm, ich tu nix. Komm her, komm her, Lan! Schmeiß das denn, ich sag dir ehrlich. Deine alte Oma ist die Treppe runtergefallen und du wirst doch was auf mich. Also das, ich sag dir ehrlich, du gehst in den Knast. Komm, komm wir nicht zu nah, Omi. Ey, ich sag dir. Ich werde dich jetzt einfach hier ein, du Idiot. Ah, Mann, abräumt. Ah! Stimmt. Ah, mein Gesicht! Mein Gesicht! Jetzt reicht's. Ah! Ey, was machst du, Mann? Musst du deine Aufgaben oder was machen? Ja, ich muss meinen Haushalt machen. Ja, mach deinen Haushalt, ich mach nix. Ich mach nix. Stimmt, nein, FBI! Ey, ich hab nix gemacht, Mann! Setz, pass auf, du setzt dich jetzt auf die Couch. Ich sag dir ehrlich, sonst werde ich dich schocken. Ja, Omi. Setz dich auf... Okay, Omi. Setz dich auf... Ey, hör doch auf! Oh, ich gieße jetzt hier schon in meine... Komm mir nicht zu, Omi. Ey, ey. Komm mir nicht in dein Götz. Hast du an ihm geworfen, Idiot? Nein, hab ich nicht. Du bist gleich tot, Mann, wer bist ich? Hast du grad Messer auf mich geworfen? Ja, weil ich jetzt... Ich werde deinen Onkel rufen. Ich ruf Onkel an. Ich sag, dass du geraucht hast heimlich. Geh weg! Ich hau dir das Ding in deinen Kopf. Ich geh weg. Ich geh weg. Beruhig dich. Ey, du hast deine Aggression nicht unter Kontrolle. Ich sag dir ehrlich. Ich gieße jetzt hier einfach meine Blumen weiter. Ja, okay, geh. Mach dein Ding da. Okay, ich mach mein Ding. Jugendamt kommt. Ehe es angerufen, fertig ist. Ich hab selten so ein brutales Baby gesehen. Leute, wir haben es gleich geschafft. Oha! Was? 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 Du hast was gleich geschafft? Komm mal her, komm mal her! Das sag ich nicht. Hab Respekt vor, wie sprich hältst du? Komm her! Ey, pack die Rohrzange weg. Ich packe sie nicht weg. Das ist zauber, meine Brübe. Oh mein Gott. Helft mir deine Omi. Helft deine Omi gefälligst. Nein. Bruh. Sohnemann. Ja. Ich hab Essen für dich gemacht. Hunger, Hunger. Hast du Hunger? Du hast Hunger, ne, Sohnemann? Jetzt geht's los. Au! Gewonnen! Rassi! Arme Nakuim, wie läuft's hier lan? Omi! Omi, wo bist du? Ja, kommst du, mein Schatz, kommst du? Ich will dir was sagen, Oma. Was? Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Sehr lieb. Du bist meine Lieblings-Oma. Ja? Ich schick dir nach Fisch! Oh, wer geil! Baby, komm, ich hab was für dich, komm. Ich hab was Gutes für dich, komm. Was hast du denn für mich? Deine Milch, ich hab deine Milch, komm her. Wie, was ist die Milch, Bro? Diese Milch, Arme Nakuim. Ich hab dich was auf den Scheißer geklappt. Wenn du ein Mann bist, sterbe, hab ich gesagt. Arme Nakuim. Du kannst... Jetzt bleib draußen, du bist gefeuert, Arme Nakuim. Komm her. Lass mich mal in die Frau gucken. Ich will dir ein bisschen Fernsehen gucken. Du kommst sofort hierher. Bleib stehen. So, weg mit dir, Schmutz. Du Schmutz-Oma, habt dich nicht mehr lieb. Das gibt Hausarrest. Ich geh jetzt am PC. Haha, ich geh jetzt am PC und spiel Minecraft. Das machst du sofort aus. Nein, ich spiel jetzt Minecraft hier. Du kleiner... Komm her. Ich geh jetzt in mein Geheimversteck. Du gehst... Hier gereicht. Hahaha. Ist das hier dein Lieblingsgeschirr? Wenn du das wegwirfst, ich hau dich tot. Wehe, du wirfst es da raus. Du kleiner... Komm her. Komm her. Nö. Und ich hol jetzt noch mehr Lieblingsgeschirr von dir. Monacoim, ja. Du kleiner... Hahaha. Ich hab keine Energie, Mann. Ich oma. Wehe, du wirfst das... Nenn mich nie wieder oma, du kleiner Scheißer. Nein, du bist eine Hexe. Hexe Baba Jaga, Alter. Kennst du die? Du bist Hexe Baba Jaga, Alter. Du bist die. Schau dir mal meinen Körper an. Was hast du damit gemacht? Ich bin, wie diese eine spielt. Dieses eine Lottie Carotti haben wir da drüben, ja? Ist das ein... Leg das Messer weg. Nein. Leg das Messer... Sei wieder... Sei lieb zu deinem Enkel. Leg das Scheiß... Messer weg, hab ich gesagt. Nein, ich will, dass du lieb zu mir bist. Komm her, Kleines. Alles gut. Ja. Alles gut. Oma, na, wo du... Alter. Du hast Anfall, Oma. Ich hab keinen Anfall. Oma. Alter. Endlich ist die alte Tod, Mann. Hey, Leute. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute machst du eine Roomtour. La, la, la. Wui. Oh mein Gott. Ey, Stani, ich sterbe. Ich schwör's dir. Suck. Ey, ich sterbe. Wie du stirbst. Ich sterbe, sterbe. Ich bin nicht dein Sohn. Oh, fuck. Oh, fuck. Kannst du erst mal... Hier ist Geist. Wo? Oh mein Gott. Was ist das? Oh. Es ist kein Geist, das bist du. Nein, das ist Nebelix. Oh, das sieht doch... Oh mein Gott. Ich muss mir jetzt ein bisschen Butter holen. Oh mein Gott. Was denn? Oh mein Gott. Komm mir nicht zu nah. Du kleiner Goh. Ich hab eine Granate in der Hand. Ich sag dir ehrlich, ich lass sie zum... Nein, nein. Ey. Ey, das ist jetzt kein Spaß mehr. Ja, hör mal auf damit jetzt. Hä? Von Opa. Komm mal her. Ich komme. Ich komme, warte. Nein. Warte, ich komme, warte. Hier ist der alte Dachboden von Opa. Wo bist du? Ja, du musst ins Schlafzimmer gehen. Und dann raus auf den Balkon. Ja, komm mal her. Ich hab Angst, du mich wegkickst. Was ist da oben? Nein. Hier, guck mal. Hier ist eine geheime Tür. Hier ist eine geheime Tür. Komm nicht so nah. Ich... Oh. Komm mal her, Sohn. Oh. Oh. Oh mein Gott. Nein. Was hast du denn da? Nichts. Ich hab gar nichts, Omi. Und amana Chakajamchen. Jetzt ist vorbei. Versteck mich einfach. Du wirst mich eh nicht finden. Ich werde mich einfach verstecken. Omi. Omi. Was ist das? Das ist... Oh, was geht hier, Selevi? Ich will spielen. Ich will spielen. Ich komme jetzt spielen, warte. Ja, Selevi, komm her. Warte, wir müssen mal hier noch... Können wir den Kühlschrank aufmachen? Ja. Jetzt gibt es Kekse für meinen leckeren Sohn. Oh, fuck, ich will mitgucken. Aber nicht rein keckern da. Ja, alles gut. So. Oh, Kekse, Kekse. Guck dir das an, Sohnemann. Oh, ist das Halal? Wer kriegt Kekse von deiner Lieblings-Oma? Ist das Halal oder nicht? Das ist Haram. Sohnemann, bist du aufgeregt? Du verdammter Dreckssohn. Hast du meine Granate aufgehoben? Oh, Kaffamlein. Au. Hey, ich habe mich mal selbst hochgehebt. Nur noch 3 AP. Meine Kekse sind aber gleich fertig. Ich will nie wieder deine Oma sein. Ich spiele auch nie wieder mit dir das Spiel. Ich habe noch nie so ein Spiel gesehen. Was war das? Haben wir nach oben? Das ist der schlimmste Junge, den ich kenne. So Enkel wünsche ich keine Oma. Ach, jille, Bruder. Jille. Das ist der schlimmste Junge.